Willkommen zu einer... Magst du halt die Schnauze? Was kannst du eigentlich? Ich sag, ich fang jetzt an! Erstmal dazwischen! Ich hab... Du bist so ein Profi! So, damit willkommen zu einer Runde Aram, wir machen heute... Ich hab vergessen, wer das heißt. Ah ja, Klaro! Äh, Klaro... Ja... Ist echt so... Machen wir Klaro nicht danach? Nein, das ist jetzt Klaro! Was? Oh Gott! Okay, also... Es wird Klaro! Also, Klaro ist folgendes... Wir geben uns jetzt hier ein paar Challenges... Zum Beispiel... Christian... Wenn ich du wäre... Würde ich jetzt deine Tasten, also Q, W, E, R... Andersrum legen, also R, W... R, E, W, Q... Und er muss darauf antworten mit... Klaro! Oh Gott! So... Und das müssen wir annehmen! Äh... Und was ist, wenn ich nicht Klaro sage? Da haben wir noch gar keine Regel für gemacht! Okay! Oh, Christian! Freu dich auf dieses Match! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Eigentlich wird sich ja wieder Quickcrush vor Kommando Banda machen! Oh Gott! Und tschüss! Ich hab'n Problem! Und ihr auch! Gut Job! Wer auch immer das gemacht hat! Christian! Oh Gott! Oh Gott! Zeigst du mich das Bild! Hilfe! Nein! Nein! Scheiße! Ich hab'n... 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 Vergessen welche Challenge ich mir gerade schon ausgelacht hab'n... Tanja, wenn ich du wär, würd ich jedes Mal mein Kuhfeuer in den Chat schreiben, I love you, Dosh, in den All-Chat. Ja, warum? Ja, gut, mit der Kuh geht das ja noch. Ja. Nicht bei mir, ich spame mir immer. Was ist? Also. Spam mir immer, aber was mag ich jetzt auch nicht noch? Das wär bei dir lustig gewesen, Christian, entweder das sein Kuh oder seine Ulti, also du weißt, wie ich das meine. Also, Dommel, wenn ich du wär, würd ich escape rücken, das Fenster permanent auf dem Bildschirm lassen, aber du darfst in die Ecke ziehen, dann würdest du es komplett draus sein. Klaro. Alter, saugt das Arsch. Alter, ich kann... Die ist am besten um den Injektor oder so. Also, muss es komplett sichtbar sein, oder? Ja, sagen wir die Hälfte. Ja, okay. Das ist zu hart. Ey, geht nicht. Ich kann keine Felser nutzen. Ach so. Ja, okay. Warte, dann mach wieder weg, dann würde ich was anderes. Das ist mir nur dein Weber aufgefallen, ich hab mich drüber noch rum mit Schneeball kam. Ach so, okay. Yay. Okay, dann würde ich mir nicht tun, wer soll im Fenstermodus spielen und auch die Alpen müssen nehmen. Ach, du scheiße. Windows? Also, muss ich den Katz halbe wünschen sein. Hallo. 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 Fenstermodus geht klar, aber ich kann grad nicht verändern. Oder? Kann ich... Wenn ich raus tappe? Ja, müsstest du halt nicht. Ich kann, äh... Ich kann, äh... Nee, geht auch nicht. Ich kann nur im Fenstermodus setzen. Hier. Voll. Nicht hell, ich will ja nichts sagen, aber ich führe mit dem 3. Ich weiß. Oh Gott. Nicht schon wieder. Ich hab dir auch so schön gegeben. Ich hab dir auch so schön gegeben. Max, wenn ich nur wäre, würde ich Michelle versuchen, alle Kills zu lassen. Kann man das mit dem Gegenspruch auch aufheben? Nein. Du musst noch, äh, bestätigen. Obwohl doch du würdest sagen. Dass, äh, Michelle muss versuchen, die alle Kills zu lassen. Du musst dich entschuldigen, wenn du ihn bekommst, ne? Das ist klar, oder? Ja. Ja. Also, Michelle, wenn ich du wäre, würde ich, äh, Kills nur mit Outlets machen. Hm. Jetzt musst du Klaro sagen. Klaro. Ja. 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 Du musst dich auch drauf hören. Ja. Du musst dich auch drauf hören. Ja. 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 Also, außer natürlich bei Ulti, wenn die das dann skillen kann, ist halt gut, ne? Ja, Ulti darf sie auch immer skillen. Was hat der grad versucht? I don't know. Ja. Ja. Danke, Tanja. Tanja? Oh. Wenn ich du wär, dann würde ich jetzt nur noch... Hab's versucht, aber mein Q ging schneller. Also, Tanja, wenn ich du... Hä, nee, ist jetzt der Versuch. Ja, der Versuch war da. Der ist dann nachgekloppen. Das ist das Problem. Also, Tanja, wenn ich du wär, würde ich jetzt nur noch mit rangesoomter Kamera spielen. Auf Maximum? Auf Maximum rangesoomt. Viel Spaß. Das hatte ich eben. Das ist voll lustig, Mann. Das ist so eine Katastrophe teilweise. Aber weißt du was? Ich werde keinen Q mehr machen, ne? Das wär's mir wert. Oh. 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 Keine Frage, hat Michelle auch schon gefragt, was ich Modelen darf? ul- Ich war vor, also in keinem Level gestiegen. Sedddem, seitdem. Also grad eben, grad eben warst du Level-Acht? Nein. Ich war die ganze Zeit Level-9. Echt? Ich bin grad mehr die Hälfte von Level-9. Alter, diese Cree auf Doom. Guck doch, die Gegner werden jetzt schon lave zählen. Max, wer hat Head Speed? Ich glaube, wenn ich du wär, würde ich die Lebensballen ausblenden und mein Hand komplett gleichstellen. Klaro. Option Interface, das findest du schon, ne? Also, helfbar? Hat auch raus? Nein, nein, hat nur auf ganz klein, du kannst es nicht ausmachen. Also... Ach, du heilige Scheiße! Ah, das... Ja, so zocken die Koreaner auch immer. Ja, die Koreaner, sehe ich aus wie ein Schlitzauge! Äh... Schneeball! Darf ich skillen? Nee... Nee, ich hab nur... E zur Auswahl. Nee... Ich kann es nicht richtig erkennen, wie stehen die Stats gerade? 15, 14. Oder meint ihr Beine? Nein, allgemein! Ja, 15, 14. Guck mal, sogar ein Kill mit... ... mit wagengewohnter Kamera. Wollen wir danach noch eine Runde machen? Wollen wir danach noch eine Runde machen? Ja, ne? Von mir aus. Oh... Verdammt! Ich wollte sie natürlich nur sichern, ne? Der Autothek! Okay, der hat viel gefressen. Oh Mann! Ich sehe nicht, wieviel Leben ich noch habe! War kein Boot! Ja, das weiß ich jetzt auch! Machst du was lang nix mehr in die Fresse bekommen, oder? Was ist? Was lang nix mehr in die Fresse bekommen, oder? Also... Wie war das jetzt? Machen wir nur 3 Maximum, oder? Ja, jeder hat nur 3 Maximum. Ja. Und was soll ich gehen? Weh! Ja. Also jeder hat nur 3 Maximum sagen, oder erhalten? Jeder hat nur 3 Maximum sagen. Jeder hat nur 3 Maximum haben. Okay. Michelle, wieviel hast du schon? Hä? Wieviel hast du schon? Ich glaub 1. Ich hab 2. Ahja, ne 2. Nur mit Outhits und... Und äh... Das andere mit dem Skillen. Ja. Wieviel hast du schon, Max? Okay. Äh... Ich hab 2 einmal auf 6 Speed bauen und einmal auf... Versuchen... ...mich der die Kill zu lassen. Cool, die Bumke. Aber ich hab dich nicht gesehen. Wieviel hast du das denkst? Hast du das? Ich hab 1. 1, ja. Ich hab nur das mit der Steuerung. Aber bei Chris würde das nicht so gut gehen, was ich eben ausgesucht hatte. Das hatte der eben schon gehabt. Das war kein... Max, du hast mich nicht in Kill gelassen. Ich... 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 Ja... Was soll ich denn sonst gehen, wenn ich nur mit Auslösungskill war? Jaja... Also, also Michael, wenn ich du wärst... Wenn ich du wäre, würde ich auf AP gehen. ab jetzt nein einzig was würde ich sagen zu ende war und das wäre die träne halt hier ab version ja zu 30 prozent schnell ein geld hat das viel damit gemacht oder wenig ich weiß es nicht ich habe zu kurz ich muss doch schreiben und dann ich hab das gern was wollte von mir du hast zwei oder ja wenn ich du wenn ich du werde ich den chat auch ganz klein wie mache ich das interface und ich hätte aus das geht ja nicht also größer du musst ankündigen deines welts also noch immer noch ja alter der chat zu klein ist eigentlich voll cool was soll ich gehen äh gar nichts das ist so ein katastrophenspiel war ich will den blitz weg haben nur das schreiben zack ich muss mir nachher mal raus googeln wie man macos macht ja will ich auch mal wissen ja das ist ja auch bei mir nicht für schlecht schaffe ich schon 5 macotasten wie viel hast du jetzt schon Drei. Oh, schade. Dich. Christian, fehlt noch eins, glaube ich, ne? Äh, ja, stopp schon. Warte mal. Ich hab das mit sehr ruhig jetzt Steuerung. Dann darfst du dir sagen. Warte mal, ich glaube, ich hab auch nur zwei. Max? Ja. Wenn ich du wär, würde ich jetzt meine FPS auf 25 festsetzen. Warte, Bono, wie viel hast du denn schon erzählt? Hast du schon so viel gemacht? Hab ich? Ja. Ja, okay. Ich hab noch gar nichts gesagt. Ja, dann hau rein. Will ich aber nicht. Ey, wie ich so gar nichts mitbekomme. Max, wie viel hast du schon gesagt? Ich hab gesagt, ich glaub drei. Christian, du hast auch schon drei gesagt, oder? Ja. Ja, nur Michelle fehlt. Komm, Michelle, hau raus. Ja, ich weiß nicht was. An wen denn überhaupt? Dann gib deine drei weiter. Hauptsache, wir kommen noch, äh, die anderen beiden kommen noch voll. Katapu! Katapu! Sagen wir, Tanja darf einfach noch was machen. Katapu! 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 Ja! No, ja! Oh ja! horizontally見 extend. Ja, mach' viel Geld! Oh ja, ja, schön! Nee, labor corpo. Ich attack présentation gegen base avec nous. iert werden dann auch noch viert werden. Ich kann hier durch dieses Haft nichtsَ über którymiere coconut色ates druk eventually geladen. Das hat, also alle von euch dürfen hier vorzunehmen. Ja. Das ist eine Bombe, die wir jetzt zurückgenommen haben. Ja. Hast du es mal zurückgenommen? Ja, weil ich ja nichts, äh, weil ich ja eigentlich doch jetzt ja kein Frei mehr hatte. Deswegen. Okay, dann würde ich keinen hier vorzunehmen. Ja gut, also bloß dann. Mach jetzt noch mal was. Darf ich das auch, oder was? Ja. Darf ich meinen eh eigentlich hitzgehen? Nein. Ha? Auf Level 18 darfst du spielen. Max, du darfst deinen Jump nicht mehr benutzen. Waaaaat. Also wenn es gut wäre dann. Waaaaat. Waaaaat. Geil. Geile Regel. Ach, klar. Waaaaat. 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 Du wirst ja einen Lenker nicht fällt ansagen. Ich krieg dich. Ah, hat gesagt. Ach, da darfst du das machen. Oh. Oh. 5-man-ulti. Eigentlich 6-man-ulti. Ich wär auch noch da drin. Ey. Das ist so ungewohnt, wenn die Livebalken weg sind. Tanja scheiße. Tanja isst mir gute Wasser. Tanja macht mir ne Kacke aus dem Boden. Alter. Tanja wie hofft hast du das jetzt schon in Chat geschrieben? Oh lol 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 Ich fühle mich hier gierig verarscht. Nein. Ich hätte auch nicht raub holen. Leute, Shave the Nexus? Ich hab grad ganz viele Autotext gemacht. Oh no. Tokotext im Nexus. Oh, und dort ist der Troll in Heap. Ja, zu spät. Ey. Die Bomben sind jetzt hier. Alter, war das ne Katastrophe. Echt so? Michael hat das Killduell gewonnen. War ja auch nicht schwer. Erst durfte ich mir nur Autotext machen. Dann durfte ich nicht auf ARD gehen. Ich hab meinen Live nicht gesehn. Und ich durfte nicht mehr skillen. Die letzten Levels. Na gut. Wir sehen unsunächst beim nächsten Mal. Tschööööö.